Dann holen wir uns wieder einen Win, würde ich sagen. Machen wir. Schöne Braumzackung hier. Nafiri Jungle haben wir. Das ist deine Prediction für Playoffs. Welche 2 Teams steigen auf? Die Div 3 Teams. Glaube ich auch, ja. Ganz humble. Ich wollte es nicht sagen, aber das war schon klar, dass das passiert. Ich dachte mir, als Braum muss ich das machen. Das stimmt, mein Handicap ist auch okay. Haben sie aber auch taktisch clever gemacht. War mega clever. Das ist kein Kill auf MF. Leona noch Flash. Ich habe ja auch keinen Ignite. So, zocken wir mal ein bisschen hier. Keiner Zock. Wir können absteppen. Mhm. Du kannst ja den ZRW-Skill nicht eh nach vorne. Und es ist auf mich raus. Mal probieren, ja. Ich glaube, das ist eine zweite Beige. Ja. 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 noch Guardian Sieh es gedacht? Weiß nicht, mach ich mal euer Geld schmarrt. Okay, dann tun wir jetzt hier kurz gegen, dann sind wir wieder da. Oh, nice. Geflasht die nicht, Leola, ne? Oder die Level 1 geflasht. Ja, Level 1. Was ist das? Was ist das? Nein, wie? Jetzt haben wir die erste Level 1. Kann sein, dass die nur Lane kommt, ne? Bitteschön, Alter. Boah. Boah. Wie geil, wenn das getroffen hätte. Jetzt bin ich noch da. Krass. Oh. 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 Ich geh nochmal Recall'n hier gleich. Ah, Rissmiss. Sehr cringe dann. Ja, die ist glaub ich hier. Okay, das ist huge, dass wir dann nicht sterben. Ja, ich geh nochmal Shit, aber... Kann ich alles haben mit dem. So ist es. Und der hat dafür dicke Plates verloren. Nach Feeding Jungle hab ich auch eh nicht mehr gesehen, ja. Ist doch eher ein Sololainer inzwischen eigentlich, oder? Wir haben schon immer Sololainer, ja. Ja, ich glaube wir können mal durchmogen. Die Botwaffe wird hoffentlich eh crashen. Ja. Oh ne, Jonah ist sogar da. Ja, lass mal den Freezes spielen. Komma. Die hat gar keinen Bock mehr, Alter. Hä? Aber ich versteh nicht, warum sie die ganze Zeit in den Braum-Lane rein engaged, so. Ich glaube, sie hat dich noch nicht ganz gesehen. Ja, du standest gerade hier glaube ich, oder? Warst du schon da? Kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Ein Dive Angle? Ne, die ist gleich wieder da, ne? Oh, mir ist das auch schon wieder miss. Lass mal raus, lass mal raus. Die ist nicht topside, die Ari. Neideli auch hier. Ist leider dead sogar. Oh, der ist durchgekommen, der Schaden? Alter. Hilfe. Wir haben aber auch Hass, Alter. Ich glaube nicht, wo der herkommt. Ja, der Hund ist immer ordentlich. Turm-Fresher, der Fiss. Das muss man ihm lassen. Der hat ihn gleich schon. Aber ich würde mich über so ein Roaming-Match-Ommert freuen, muss ich sagen. So ein Gankerchen. Macht das immer sauer, wenn ich das Death Recap sehe, Ari Damage und dann diese Items. Sie hatte Dorans Boot und einen Scheiße im Tor, Alter. Ja, die müssen halt unter Bord flippen, Top ist komplett unplayable. Mh. 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 Du 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 du! Ich finde es gut, ich bin dauernd. Oh ja, den Krups, ne was ist das, Krucks, so, Krups, Krucks, alles dasselbe, ist ja unkehrt Krups, ne stimmt, das ist gut für uns hier, ne, Helik kommt Das klappt alter, ach man Ist das schon ein Kackspiel, wirklich krass Aber das hat auch nicht klappen Okay Ich glaube nicht, der Bolivar würde alles überfahren Hoffentlich Ich glaube, wenn man A4 anfängt, das Game zu spielen Ah, wir haben immerhin schon Krups Nein Die Niederlage macht ein bisschen mehr auf einem Map, habe ich das Gefühl Ja, doch Uh Jona kommt Triforz Ja, ich habe keinen Flash, keine Ult Jona ist top Jona ist top Jona noch ult Jona ist top Keine Ulti, oder? Hier ist dahinter, glaube ich. Sehr gut möglich. Wer hat keinen Flash, ne? Ja. Sehr geil. Ohne auch kein Flash mehr. Okay. Let's go. Der macht den einfach so kaputt, ne? Volibear Toplane ist wirklich auch so einer dieser größten Psycho-Picks. Das ist so auf dem Level von Olaf Toplane für mich. Ja, aber ich gucke mal voll bei dir. Nur ich finde, bei Volibear macht es noch weniger Sinn, wie stark er ist. Also bei Olaf weißt du halt, wie stark er ist. Aber bei Volibear denkst du dir immer so, woher? Mhm. Äh, wir sind ab morgen bei Icon of Cinema im Bootcamp quasi, ja. Mal mit der Tower hier. So, Break ist immer noch ein Fremdwort hier für beide Teams. Und keine Ult bei dir. Ja, du hast keinen Warmbux mehr. Das weißt du aber, ne? Ich will uns sauer machen. Ein bisschen widerstehen. Oh. Ein bisschen sauer machst du mich schon. Hm. Oh, no. Sag doch was. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab die Chance, dass das funktioniert, war nicht so hoch. Ja... Er kommt doch schon ab. Okay, klar, wenn du den Team einst. Kein Scheiße. Kannst du dir needrin Doon schulsen? Hä, die Welt museums, die Unter Template? Ich glaube die Leola ist ein bisschen tilt irgendwie Die sind psycho glaube ich Oh ich hab so gespumpt Da hab ich mal Basen gleich Die Leola ist gleich noch über uns Also Sidelines sollten wir gewinnen Aber ich glaub teammates werden überschwer Ah hier ist auch schön da turbo fett ne Holy Shit Wir haben uns halt ein bisschen abgefarbt Loser die Übersicht da hat Phil was auf Twitter gebastelt Aber ich werde auf jeden Fall heute auch noch was posten Juli macht gerade ne Grafik Das wichtigste ist dass wir im Mittwoch spielen wir unser erstes Game Also morgen Morgen 18 Uhr Oh die Leola ist hier Willst du Drake machen Ja was die Leola Okay Die Leola ist in der Tat nicht schwach Joa we're chilling I guess Outskillen wir hier Ich werde eigentlich nur noch stärker Outskillen Nesh Ja wir können mal die Augen aufhalten wenn gleich jemand overloadet Ari gibt Worts Wir haben keine Worts Die Nash ist kein Thema Wir haben es am Bot gerade nicht Agath Ultras ist wichtig Jetzt können wir mal reinmogen Ich glaube wir sollten mal starten Boah Gar keine Vision haben wir halt ne Wir kommen So jetzt halt mal raus Der Nash macht zum Beispiel gar kein Damage ne Nee Wir müssen halt Bot gehen eigentlich ne Dann müssen wir den wieder starten Ja Drei unten ja ist früh Hier unten Wie kann man so ein Mensch sein ich verstehe das nicht Tempo Recall Voila Strong Der ist ja alles gebrochen gerade Zu glücklich gesehen Hier Wormox ist nicht mehr so gut Wird genervt zweimal jetzt Garginult Ich hab kein Ult. Kein Sonias. Wir haben beide Seiten, jetzt müssen wir gar nicht rein, wir müssen gar nicht rein. Ich weiß doch nicht, was das für ein Engage hat für Leute von meiner Fiori. Oh. Komm bei ihr. Nehmen wir mit, ist. Oh, der erste hat auch Damage, alter. Nehmen wir den Kollegen. Exit Rig. Auch 180 für BT. Irgendwie fühlt sich das Game einfacher an als es sollte oder? Ja, also eigentlich ist er nur Toplane. Ich glaube so Kompos einfach auch viel besser ist. Und die Leona trollt halt, ehrlicherweise. Ja das stimmt auch. Der spielt ja nicht richtig. Thomas Dankeschön. Das ist Cringe. Kein Mana. Da. Da 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 da. Da 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 da. Das ist ja einfach Game, ne? Das war irgendwie ein sehr weirdes Spiel. Ich glaube, dass der Volibear so hart gewonnen hat, hat auch schon echt viel ausgemacht. Ja, stimmt. GG! Oh! Victory! Brr!